58... äh 53 Spinnenfäden. Wofür? Äh, braucht man die Zombie-Gehirne auch irgendwie? Nö, die kannst du noch rausschmeißen. Die brauchen wir später vielleicht irgendwann machen. So wichtig sind die auch nicht. Rottenfleisch... Ich hab jetzt schon 8 Dramaten. Daraus kann man schon einiges machen. Ich kann auch genug meinen gehen. Ich hab jetzt fast mein ganzes Invertar weggeschmissen. Ja, es war so viel Scheiß einfach dabei. Alles was ich jetzt aufsammle, geht teilweise was in den Rucksack, was halt noch gesteckt werden kann. Und der Rest war dann in meinem Inventar. Ja, ist halt so. Der Rucksack ist eigentlich, sagen wir mal, fast voll. Also fast überall 64 Stück. Aber bei mir noch nicht so richtig mein Inventar. Ich hab ja erst letztes bei dir ausgeleert. Ah, jetzt kann ich nichts mehr aufnehmen. Jetzt bin ich selber am Gucken. Wobei ein bisschen Platz hab ich, ja. Ich bin halt echt hier nur... Das ist irgendwie so komisch gelblich. Was? Äh, For-so-weiß? Nee, For-so-weiß? Nee, For-so-weiß? Nee, F-E-R-R? Genau. Ferru's Ohr. Ferru's Ohr oder so'n Schein. Ja, das ist dieses was... Das hat man früher mal so'n Zweck gehabt. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh nein, ich hör schwer, jetzt geht es ja an-tockeln. Oh, ich hör über mir um-tockeln. Ich guck so ganz kurz im Deck, dann schieß es mir einfach direkt ins Face rein. Nennt man ein Facepunch. Ah, oh, das ist hinter mir. Oh, es hat sich angeschlichen. Es hat sich angeschlichen. Ich guck hier, und ich hör über mir die ganze Zeit so'n 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 Geld kraxen, ne? Und dann wollte ich mich grad drüber bauen, weil ich dachte, das lässt mich in Ruhe. Auf einmal steht's hinter mir. Das ist hinter mir runtergegangen. Tja. Raffiniert. Raffiniert. Aber bald muss ich die Mine verlassen. Die muss so, ob also gehen oder nicht, Mine verlassen, ne? Ich hab' mich schon so'n Richtung, Richtung Haus gebaut. Wie ist... Naja, ich... 88 wieder. 88 benutzt man. Ach. Oh Gott, das ist der riesige Käff. Und da drüben ist jemand. Ja. Ja, das ist ein riesengroßer, fetter Lavasee. Oder ein Ende ist ein... Und ich muss den Lavasee erstmal überqueren. Ich seh's jetzt schon nicht wieder bei Unglück haben. Schnell. Ja. Ja, das wartet werden schon irgendwo an einer Ecke. Schnell. 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 Schnell, das kann ich mal hier runter. So. Also... Da. Hallo Diamonds. Hallo. Hallo. Oh Gott. Oh. Ich glaub ich kann mich ja auch mal... Welche... Welches Diyamanten Höhe? Ich bin jetzt auf Höhe 14 Ja gut, dann grabe ich mich ja auf 14 mal zum Haus Ja, habe ich auch gemacht Und dabei habe ich auch einige Also ich habe jetzt schon 12. Mann Boah, ja Man gribt sich einfach nur so schön geradeaus Und auf einmal so unter einem Stachel Dann geht man so einfach so Den Part nennen wir dann einfach Daniel und die Affäre der Stachel Die Affäre der Stachel So, so wird es hier irgendwie Ja, mehr Rohstoffe geht doch auch nicht, oder? Schon wieder Und da ist schon wieder ein Skelett Nee, der Lava ist nicht mehr Ich bin gerade so im Gravel Town Die sind gerade Hochhäuser von Gravel So, da ist schon wieder Lava Oh, ja, fett Ich grabe nur diesen einen Blockwerk Und was kommt? Oh, nee, da kommt wieder so ein Rotschopf an Rotschopf Ja, rote Auge Red Evil Eyes Oh, sind hier viele geile Orsen Rubine, Gold, Redstone Ja, habe ich hier ebenfalls gerade Das ist sowieso so eine Art Höhle Oder sonstiges Ich frage mich nicht, was das hier gerade ist Ich höre gerade so eine lustige Kugel, Daniel Ich höre gerade hier so eine lustige Kugel, Daniel Es ist hier so eine Halbkugel bei mir Oh 160 Und ich höre die schon irgendwie so Und ich höre unter mir Lava Oh, ich habe die Diamanten vorhin übersehen Ich auch Eins, zwei, drei, vier Direkt vor meinen Augen hat sich gerade jemand verabschiedet Acht Stück habe ich Ich habe auch acht Stück gerade wieder Also einer ist gerade verbrannt Also ich habe sieben Ich habe die übersehen, ich bin drüber gelaufen Ich bin drüber gelaufen Ich bin da ehrlich drüber gelaufen Ich habe das nur mal gesehen, weil ich hier gerade das alles abbaue Ja Wie man auch über Diamanten laufen kann Da, oh, wisst Schatz Kommt her Level Äh, 33 35 Ich bin gerade hier nicht mehr so am Abfahren Ich bin echt hier gerade nur auf Diemannensuche Na, das Invental ist noch jede Menge bei mir zu Von daher Bei mir gar nicht mehr Ich bin echt auch nur alles, was ich gerade noch so los im Event habe Also, bevor ich noch so 64 Blatt habe Also neu auszummelde ich nicht mehr auf Jetzt auf Höhe zwölf, ich müsste echt auf hier jemanden sein Also ab Höhe 14 war es glaube ich echt, dass man da jemanden findet Ich bin gerade 17 Ah 16, ich bin aber immer noch hier am hin und her bullen Ich bin gerade hier wieder in so einer Cave, wo unendlich viele Ross sind Ebenfalls, von einem Ort zum nächsten gerade wieder Ja Ebenfalls, von einem Ort zum nächsten Mal Oh, oh, ich habe mein Stick Eisen fertig Ah, egal, neuer Anfang Ich glaube, es ist höchste Zeit, ich gehe jetzt nach oben Geht noch mal ganz kurz nach drüben die Cave abdecken und dann Oh, ich habe hier Ich gehe erstmal wieder um an die Oberfläche So, ich weiß es nicht mal weg Och, Rotten Flash, wozu brauche ich das? Ich bin doch noch mehr krank Das bringt mir gerade auch nicht anders Ich bin schon wieder so ein Feld erkrackt Und da ist es ja schon wieder Stirb Ich muss ja den Weg nochmal zurückgehen, weil da auch nochmal zu viel Baustoffe waren Ich habe erstmal nur dran vorbeigetraxelt Ich bin mal ganz kurz weg, einen Moment Ja Mein Dinator hier Meinen bis zum Abwinken heute, aber richtig Und später geht es dann richtig los Cool, dann lassen wir jetzt mal links liegen hier Einen Rohstoff wieder in den nächsten Rohstoff hier So Ja, das da unten lassen wir jetzt erstmal Redstone hier Fein nochmal mitnehmen Diamonds Leider 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 Gucken wir mal was hier hinter so ist Gehen wir mal hier lang Der Hinterringer verguckt auch nochmal ein bisschen hoch Aię Aiu 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 . Untertitelung des ZDF, 2020 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 immer mehr irgendwo sie schon wieder so wie der da auch nicht mehr so wie ich bin ich habe es mir aber weiter zu empfehlen und die 6 die ich auch war um es aus meinen kleinen Bunker die ich mir gebaut habe und komm es mal sofort ein Kühl entgegen ich bin auch fast in der Begeleitung ja ich finde immer mehr das geht aber nicht mehr klar ich bin auch 173 meter davon entfernt ich glaube ich für noch wie zu viel ich bin auch 75 Meter ich komme immer näher ok auf nach oben es werde Licht Uli war wieder schönkürtig hier am einkaufen was wir so Geleebananen gekauft habe ich auch fast so das ist ja auch richtig selten nur wir graben uns jetzt mal den Rohstoffen erstmal vorbei wir können später nochmal hierher zurückkommen zurückstoßen ja wenn wir wieder leere Revitare haben Alter ist das hier lang ey ich fürchte dass meine Spitzer geschwache wird besser hin ey oh ich stoße ich hab mir auf Marmo gestoßen wir machen mal hier mal einen ganz ganz kleinen Cut und sind gleich weiter wieder bei meinen bis gleich alles klar